Na du, du bist wohl ein Uhren-Fan. Die machen das sich jetzt klein und dann geht das schon weg. Richtig kräftig zu beißen und trotzdem ziehen sie ihn auch, ne? Au! Mensch, du bist doch verrückt, ne? Jetzt kommt der andere noch. Oh, jetzt mal deinen Hals. Ja. Oh, komm! Lass dich mal streicheln. Ich habe ja Schildkröten und ich habe das mal eher mal gesehen. Die mögen das ganz gerne, wenn du die hier am Hals so. Ja, ja, ja. Da kannst du da so streicheln, einfach so. Dann halten die ein bisschen hin und dann aber dann ziehen sie gleich schon wieder ein. Come on. Au! Scheiße! Ich nicht. Oh ne, das macht weh. Au! 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 Untertitelung des ZDF, 2020